Die SPÖ profitiert laut der aktuellen Profilumfrage von der schwachen ÖVP, die wegen der Chat-Affäre unter Druck steht. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die SPÖ mit 25% auf Platz 1, knapp vor der ÖVP mit 24%, ein Prozent weniger. Laut der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research durchgeführt worden ist, verliert die FPÖ im Vergleich zum Jänner und liegt nun bei 18%. Dahinter folgen die Grünen mit 13% und die Neos mit 10%. Die Impfgegnerpartei MFG bringt es bundesweit immerhin bereits auf 7%. In der fiktiven Kanzlerfrage bleibt ÖVP-Amtsinhaber Karl Nehammer mit 21% in Führung. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner verliert und liegt nun bei 15%. Die Umfrage zeigt, wie gespalten die Bevölkerung zu den Gratistests steht. Eine knappe Mehrheit von 50% der Befragten spricht sich für eine Beibehaltung der kostenlosen Corona-Tests aus. 48% wollen, dass für Tests künftig bezahlt werden muss. Trotz der aktuellen Postenschacher-Enthüllungen hält eine relative Mehrheit von 48% Österreichs Politik nicht für korrupter als die Politik in anderen EU-Ländern. 44% glauben dagegen, dass österreichische Politiker sehr wohl korrupter sind. Die Frage, wer sich vorstellen kann, in naher Zukunft ganz auf sein Auto zu verzichten, beantworten nur 18% mit Ja. Die große Mehrheit von 66% kann sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen.